Jetzt läuft er zurück zu der Stadt, die ich jetzt da hab liegen lassen. Sehr schön, Rang 12. Ja, bei der Grudgebehrer's Will. Geh'n! Zeit für eine Reckoning. Oh, der Bruch ist gefeiert. Was? Rune of Swift-On-Ride! Pop, 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 pop. Wisst ihr, was vielleicht auch ein bisschen besser ersichtlich sein könnte? Und zwar, ob es sich wirklich um eine... Es sind ja so viele zerstörte Städte hier. Ob es vorher eine Zwergenstadt war oder nicht. Das fände ich noch eine sehr hilfreiche Geschichte. Hier war nämlich auf jeden Fall eine Zwergenstadt. Ah, nee, ich hab' ja versucht, die einzunehmen. Das ging ja nicht. Oh, doch, ist eine Zwergenstadt. Der Typ hier besiedigt die noch nicht. Ich bin hier, um dir Geschenke zu machen. Mein Freund, mein guter Freund. Wie lange ich noch mache, maximal ein Stündchen. So, wieder ein bisschen Überschuss. Ein bisschen mehr Bier. Zeit auf dich zu Sandwichen. Oh, da unten... Da unten ist einer von der richtigen Rasse. Sorry, aber ich schlachte ihn eben einfach ab. Aber seine Armee kann eh nix gegen mich. Gebe ich dir recht, Proof. Wenn man schon nur Orks und Zwergen festen obern kann, sollten die auch ersichtlich sein. Ja, sie sind am Anfang ersichtlich, weil nur Orks und Zwerge da drin sind, ne? Aber was ist, wenn das von irgendeiner Rasse zerstört wurde? Du hast ja nie wieder die Chance, wirklich zu sehen, was da mal war. Außer du kriegst das halt an. Ich wünsche, man könnte Ränge kaufen. Äh, äh, kaufen. Käufe. Namenlastkeeper. Nein, wo ist es hin? Da oben. Oh, weil jetzt schon ein Attentat gemacht wurde. Ach so, der Zwerg davor. Wir müssen jetzt irgendwo hin, wo ich noch, äh, irgendwas angreifen kann. Oder stören oder Missionen machen kann mit den Kleinen hier. Damit ich die irgendwie auf Level 15 gepusht kriege. Forschung ist mir inzwischen auch egal. Okay. 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 Ich will euch ein wenig Liebe schenken. Und dann. Pum, bum. Renn nicht so weit weg, ich will dich töten. Warum kriegt man auch so dämliche Missionen in das Buch des Kreuz? Hey, lad, was kann ich tun? Nein, nicht so viele Varianten. Was braucht, um zu tun? Wie kann Leben für uns schwierig sein? Es sind nur noch zwei Gegner auf der Karte. Aber es geht im Moment darum, ich muss das Buch des Kreuz leer kriegen, um die lange Kampagne zu gewinnen. Und das ist im Moment mein Ziel. Ich bin bereit, um das Mädchen zu spüren. Master Engineer zu Ihrem Service. Anad? Sehr schön. Hey? Lass uns gehen. Stufe 13, weil wir haben einmal im Buch des Kreuz, dass wir den auf Stufe 15 bringen müssen. Wo ich mir einfach nur frage, du verdammtes Spiel. Aus welchem Grund? Was für einen Groll gab es denn, dass ich meinen dämlichen Charakter hochleveln muss? Die andere Scheißinertion ist, dass ich gegen die, wie heißen sie, Skylinger einen Attentat machen muss, was auch Erfolg hat. Und deshalb schicke ich gerade meine Truppen hier so blöd durch. Die Gegend. Die Gegend. Los geht's. Noch schlimmer ist eigentlich selbst, wenn der Erfolg hätte. Ähm, mit dem Attentat ist ja noch die Gefahr, dass zwischendurch irgendwas passiert, weshalb ich noch was anderes machen müsste. Und es ist noch die Gefahr, dass irgendeiner meiner Verbündeten sagt, oh ja, jetzt mag ich dich nicht mehr und mir Krieg erklärt. Vor allem bei den Zwergen wäre es schlecht. Die aktuelle Spielzeit insgesamt sollte im Moment bei knapp 20 Stunden liegen. Obwohl ich könnte ja mit den Frieden haben und könnte ja trotzdem... Ähm, meinen Agenten einsetzen gegen den. Okay. 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 Entschuldigung, die Spannung hält sich in Grenzen jetzt noch. Oh, die würden auch Frieden wollen. Okay. 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 Warum sagt ihr mit zu mir, frühe Abkommen in Scaling? Ich hab da jetzt einfach nur gesagt, komm, Frieden ist okay. 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 Zu weite Strecken. Ist der das Nordlicht da? Das haben sie ja schön gemacht. Ich habe die Forge-Fuhr geblieben. Ja! Danke! Da ist der Eintrag aus dem Buch des Scrolls weg. Das war's. Das war's. Das war's. Es ist Zeit. Ha, ha, ha. Forwards. Disrupt sie. Das war's. Das war's. Das war's. Und einen von den beiden auf Level 15 bringen. Also ist ne reine, äh, Glückssache. Nag, nag. Das war's. Gebt ihnen das Feuer. Scheiß drauf. Hauptsache diplomatisch bleibt alles okay zwischen uns. Oh, und das ist das einzige, was sie können. Die hat keine Siedlung, Marwan. Ready. Spellbreaker. Never. Ich habe noch nicht fast die ganze Technologie gelernt. Es sind 70 Technologien, die man erforscht. Ich bin glaube ich bei 40. Ihr wollt plötzlich handeln mit mir? Finde ich gut, weil das automatisch dann unsere diplomatischen Beziehungen verbessert. Sonst wollten die ja nie. Das ist ein Krieg. 14. 14, 14, 14. So, du willst uns jetzt nichts klauen. Weil das ist mir scheiße gehabt verbündet oder nicht. Wir müssen irgendwas einfach kaputt machen. Okay. Fulfill mein Krieg, E.O. Arcane Wind ist unter control. Ja. Ich... Es ist Zeit für eine Reckoning. Ich dachte, dass Bretonen machen mir die Kriegserklärung. Ah, nicht die Bretonen. Hier, das südliche Volk. Boki, das Bindeglied. Scheiße. Ach, kack drauf. Guck mal, wenn ich den jetzt aufgestellt habe, wie viel Erfahrung der pro Runde macht. Tut mir leid, dass ich euch angreife. Ähm, aber ich biete euch einfach mal ein kleines Geschenk an, damit ihr mich weiterhin mögt. Ich brauche nur ein Ziel zum Leveln. Looten und 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 Leveln. Drei, zwei, eins. Oh, gescheitert. Geht's. Ja. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Earth go on. Das wäre mir noch auf die Eier gehen. Wenn er mich dadurch mehr mögt, ja, ist okay. So, egal, ob wir es jetzt nicht schaffen oder nicht. Oder doch. Sabotage. Sabotage. So, Großkampagne abgeschlossen. 212 Runden. Doofes Buch des Grolls. Deshalb mag ich die Zwerge nicht. 274 der richtige Gebäude. 41 angetroffene Fraktionen. 6 habe ich vernichtet. 8 derzeitige Kriege. 27 Kriegserklärungen. 8 Verbündete. Meist Verbündete 8. Gesamteinkommen 3.184.000. Kam mir nie so viel vor. 3.162.000 ausgegeben. Höchste Ausgabe 51.209. 43 Kommandanten getötet. 200 Einheiten rekrutiert. 766 zerstört. 244 verloren. Wie kann ich eigentlich 244 verlieren, wenn ich nur 200 rekrutiert habe? 83 Siege. 26 Niederlagen. Ich habe zu wenig ausgeraubt, aber ich finde das immer so sinnlos. 99 Hellenaktion. 43 erfolgreich. 56 fehlgeschlagen. 10 Hellen gemäuchelt. So. Ruhm sei euch und uns. Der Krieg wird weitergehen. Denn so ist der Lauf dieser turbulenten Welt. Dieser Sieg gehört uns. 05. Tinti Tinti Tinti. 05. 05. 05. 05. Treppern.